Toxische beziehungen ist mein video blog ja wir gehen so langsam auf die zielgerade ember hat johnny der prozess aber gestern war einfach noch mal knaller ich hatte ja schon video gemacht zu der aussage von johnny depp und vor allen dingen kate moss und dr curry die ich wirklich ist einfach so eine coole psychologin aber damit war der tag noch nicht vorbei gestern sondern es kam noch einmal ein fotoexperte da sind ja so einige fotos im umlauf wo sie sagt wo hier sind irgendwie blaue flecken im gesicht ist ja auch interessant dass man das immer suchen muss wenn man das bei johnny depp habe ich ja gestern schon gesagt sich problemlos fotos finden lassen wo er diverse verletzungen hat und blaue augen man da auch sieht wenn er das hat also gibt es ein foto ausgerechnet aussehen auch seine hochzeit aus dem flitter wochen aus dem oriental express oder mit blauen auge rum rennt man das ist echt so als einfach so krass leute es ist so krass und man auch sieht wie geschwollen das ist und ja aber hier muss man das alles immer suchen und belegen oder gibt es ja so fotos wo sie hier so eine stelle hat und ja da dieser experte halt ausgesagt ja dass also jedes digitale foto hat ja so so ein datenblock wo so drin steht womit das aufgenommen worden blenden einstellungen und auch ob es bearbeitet worden ist oder nicht gut das kann man natürlich auch bearbeiten mit seinem exif editor aber wunder tatsächlich sind die fotos durch eine videobearbeitungs software gegangen und er hat dann halt so das foto gezeigt mit verschiedenen versionen die kursieren und man kann dann eben sehen dass ja die farblinien verändert sind das farbspektrum verändert ist und was dann in meinem foto aussieht dass man sich einfach ein bisschen zu viel rutschen gemacht hätte sieht dann in anderen farbeinstellungen eben aus wie ja ein blauer flecken in irgendein gesund in irgendein status des weggehens wo er durch verschiedene farben geht so und ja gut es war auch schon wieder ein kracher ich fand eigentlich dann noch große also deutlich größeren kracher dass jemand von tmz da war also tmz was großes so internetportal und show ist rund um celebrity die haben auch paparazzi die machen fotos und ja und da ist ja die frage wie kommen diese fotos an die medien wo johnny depp da dieses haus diesen einen raum da irgendwie malträtiert hat und die küche und ich weiß nicht was wie kamen die fotos hin dass sie gefilmt worden ist als sie da ihre kontaktverfügung gemacht hat also wo kamen all diese fotos her weil das ja noch keiner wusste so ne und ja sie hat er gehört hat auch gesagt sie hat da gar nichts mit zu tun sie weiß auch gar nichts und dann war schon vorher gefragt warum wie kann das denn sein weil die würden ja nichts posten wo sie nicht die rechte haben woher haben die denn die rechte ja weiß ich nicht keine ahnung und der reporter oder manager gestern hatte halt den workflow genannt ist da bei team set gibt und da sieht sie eben aus dass sie so eine art email postfach haben da kann man so tipps geben wo ist jetzt jemand und wenn die diese tipps bekommen dann müssen muss man auch namen adress angeben und dann muss das eben bevor die das posten müssen das eben verifizieren weil die halt immer ja ihr wasserzeichen drauf machen wollen was so heißt sie haben das copyrighten dass es jemand anders verwenden kann und sie dann vielleicht lizenzzahlung kriegen weil sie nicht und das erhalten längerer prozess bis herausgefunden ist dann haben sie jetzt das copyright oder nicht außer es lädt derjenige hoch ja der die rechte direkt hat und das kann entsprechend verifiziert werden und dann ja dauert das eben 15 minuten und dann wird eben auch sofort veröffentlicht so ne und ja diese fotos sind eben nach 15 minuten veröffentlicht worden was so im indirekten beweis heißt weil ember hört sie ja auch gemacht hat irgendwie ja das eigentlich nur sie die rechte weitergegeben haben kann ob jetzt vielleicht noch über den dritten also ob sie da jetzt sozusagen technisch gelogen hat oder einfach nur krass alles verschleiert dass sie gesagt hat ja ich habe die da nicht hingeschickt aber mein assistent oder weiß ich nicht noch eine andere sache aber das ist jetzt direkt auf sie zurückgeht besteht wo keinen zweifel und das ist es einfach es ist einfach irgendwie ekelhaft leute ich bin es echt man also ganz ehrlich das zeigt einfach auch dass das ja schmieren kampagne ist die sie da macht dass sie da also ist meine meinung dass das auch viele sachen auch geplant sind dass sie einfach publicity haben wollte was ich auch aus ich kenne es aus diversen geschichten ich kenne es auch aus meinem leben dass solche sachen passieren natürlich nicht in so einem ausmaß und ja ich finde es gut dass es mal in öffentlichkeit kommt dass ja genau sowas passiert ne und es passiert auch männern ja und es ist einfach egal ob es jetzt ein mann macht oder eine frau macht das ist einfach ekelhaft und wirklich schockierend und lässt auch das konnte man auch bei johnny die abgestern sehen lässt auch menschen wirklich ratlos zurück wie mit jemandem zusammen war wieder einen so versuchen kann zu schaden und sachen an die medien spielt und ja ist ja auch ist ja auch mehrfach der lüge denke ich kann man sagen überführt worden und ja einfach so eine krasse story lanciert wird wirklich nur fürs ego sei es jetzt aus rache sei es um mehr publicity zu kriegen um als die große das bild für häusliche gewalt und dann so so eine figur zu sein ja dass sie repräsentiert jetzt frauen die häusliche gewalt erlebt haben oder was auch immer da im kopf vorgeht es ist einfach schwer erträglich weil es natürlich ein ausmaß hat in diesem fall meine klar hier bekannter ich weiß gar nicht ob das ausmaß nicht auch bei also wenn ich manchmal so sachen lese weiß ich gar nicht das ausmaß jetzt so viel geringer ist jetzt einfach nur viel mehr möglichkeiten weil es sich also je bekannter jemand ist und je bekannter auch männer sind umso mehr ja sind die natürlich auch in Gefahr sag ich mal sowas reingezogen zu werden also ist einfach so und ja das ist auch wo sich glaube ich viele auch gedanken machen die in der irgendwas angehangen wird so ne ja krass ja das heißt natürlich nicht dass frauen nicht genauso schlimme ich behandle ich ja auch x-fach auf meinem kanal stimme geschichten von frauen also das ist ja immer mein reden das hängt eigentlich nicht vom geschlecht ab es ist einfach was man da macht was halt problematisch ist und was auch sanktioniert werden muss so ne und welches geschlecht man jetzt hat ist eigentlich zweitrangig wobei es schon unterschiede gibt weil männer und frauen wenn da schon in der regel unterschiedliche strategien an aber letzten endes ist das gleiche ergebnis ich finde es halt noch mal nun mal gut ist auch bei mir schreiben auch ganz viele männer dass auch mal wirklich sichtbar wird ja auch männer können missbräuliche beziehungen kommen und ja vielleicht haben sie auch irgendwo einen anteil oder was ich auch gerne sagen mit verantwortung weil sie so lange drin bleiben und haben auch ihre eigenen muster diese drin halten und ich weiß nicht was aber ja man muss es auch mal benennen wie es ist und ob das jetzt frauen schadet die häusliche gewalt erleben glaube ich gar nicht mal aber es zeigt einfach dass dieses phänomen eben geschlechts übergreifend ist und ja und ich bin wirklich kann immer wieder sagen froh auch dankbar an die beiden eigentlich dass das mal dass man wirklich mal so in die details einer höchst toxischen beziehung gucken kann und einfach sieht wie das da läuft und wie einfach manche menschen auch aufgrund ihrer vielleicht mutmaßlichen kann ich aus der ferne hier nicht beurteilen aber auf ihrer vielleicht mutmaßlichen persönlichkeitsstörungen oder anderweitig psychischen probleme die da vorliegen auch ja weiß ich nicht keine empathie haben kein gewissen haben und es ist nicht einfach einfach krass drauf sind also was haben wir da noch zu sagen und das lässt natürlich menschen die das erleben dies vielleicht auch nicht das erste mal in ihrem leben erleben einfach zerstört gut ich weiß nicht ob er jetzt zerstört ist aber kann menschen zerstört zurücklassen und wenn du einfach so einen vertrauensbruch erlebst in beziehungen ja dass man dann vielleicht auch noch mehr trinkt und noch mehr drogen nimmt und ja das passiert dann unter umständen auch und es ist einfach ein desaster aber trotzdem ja muss man natürlich auch sagen auch dass mich ist diese beziehung wirklich ein blueprint wie das bei männern oft läuft auch der einstieg ist leider muss man auch sagen dass er einfach nicht bei der netten offensichtlich netten vanessa paradie bleibt irgendwie sondern auch er die gefahr und das abenteuer sucht mit einer wahrscheinlich sehr verwickelnden charmanten verführerischen aus einer sicht verführerischen frau die viel jünger ist und viel viel jünger ist und da sind natürlich auch bei ihm ego prozess am werk muss man einfach mutmaßlich einfach sagen und ja das ist eben manchmal ist es vielleicht besser sowas nicht zu machen und einfach frieden im leben zu haben und nicht irgendwie noch zu versuchen noch ein drama noch eine action noch eine wendung im leben und noch mal so das nehme ich jetzt auch noch mal mit und daher das ist leider oft solche prozesse sind leider oft auch der einstieg aber gut das ist alles menschlich letztlich was sie macht ist natürlich auch menschlich das gehört leider alles zum menschen dazu sie leben halt hier eine dualität und ja ja es ist sehr dunkel was sie da macht aber ja es eben auch teil des menschlichen spektrums unseren kleineren teil haben wir hat ja auch sicherlich jeder von uns das ja jeder von sich sicherlich mal gelogen krass gelogen und ja oder war mal sehr bei sich oder aber gut in diesem ausmaß ja ist vielleicht auch für manche sollte auch für manche männer denke ich eine warnung sein vielleicht von bestimmten art von achterbahn wirbelwind beziehung vielleicht echt besser die finger zu lassen weil man kann es können schlimme sachen passieren und man kann nicht darauf wetten dass man diese möglichkeiten hat wie johnny depp hat ja so einen prozess zu führen dann auch wenn was passiert ist und auch die ganzen die ganzen fakten auf den tisch kommen aber gut insgesamt habe ich das gefühl weiß nicht wie es euch geht dass wir es ist ja auch was ich immer wieder auch sage in meinem neuen buch neue dimensionen der liebe ist ja auch irgendwo eingelernt gewesen ja es werden immer mehr sachen aufgedeckt also wir sind definitiv auf einer steigenden frequenz würde ich mal sagen und es kommt immer mehr ans tageslicht man kann sich immer weniger verstecken mit den sachen die man so gemacht hat und ja aber trotzdem darf natürlich nicht vergessen wir sind alle menschen wir machen alle fehler und ja wir haben alle unsere genetischen programmierung wir mal so bestimmte kindheitserfahrungen gemacht und ja das ist eben so hoch problematischen familien was der schamig auch ember hört kommt ja manche gehen ins co abhängen könnte sein dass ihre schwester so ist manche gehen ins er wenn das dann so stimmt borderline histrionische was ja auch sehr sehr viel überschnitt hat häufig mit mit auch narzisstischen man ist das ganze cluster hat ja viel mit narzissmus zu tun fair to say glaube ich und ja klar das heißt natürlich nicht dass alle so sind es gibt auch habe ich auch schon hier beim diverse videos gemacht auch zum thema borderline beziehungsweise menschen die mit borderline zusammen sind ja manche sind auch ganz anders und sehr im co abhängen und haben überhaupt nicht was man hier so sieht muss man auch ganz klar sagen aber ja es ist wie es ist und egal wo wir herkommen ich glaube das gehört auch zu der gesellschaftlichen entwicklung dazu wir müssen und dürfen verantwortung für unser verhalten übernehmen und es wird sich sicherlich zeigen dass man immer schlechter durchkommt mit lügen und verschleierung und dass wir definitiv in einen denke ich hoffe ich in ein zeitalter gehen wo wir authentischer und ehrlicher sein werden aber bis dahin muss eben alles aufgeräumt werden vielleicht bei man oder anderen keine ahnung wo uns vielleicht auch wir wissen es nicht werden sehen und keiner von uns ist ohne fehler naja mehr dazu gesagt das sind eigentlich alles sachen die ich auch mal im buch gesprochen habe die neue dimension der liebe ansonsten wie das jetzt ausgeht ist glaube ich fast ich will es nicht sagen egal aber ich denke was johnny depp erreichen wollten hat er erreicht dass er jetzt im anderen ganz anderen licht da steht und ja ob er und ob ob er das jetzt gewinnt oder nichts wird es sowieso eine berufung geben und es ist noch nicht vorbei das thema ach ja eine sache noch also was ich persönlich auch wirklich immer das triggert mich auch an nicht dass ich sowas in der art schon mal so krass erlebt hätte aber ich habe auch schon wirklich in meinem leben krasse krasse sachen erlebt ich muss auch sagen ich war auch in einer hochtoxischen beziehung und ja ich hatte auch meinen ja ich finde ja immer man soll auch auf eigene anteile gucken und aber was das hat mich total angetriggert dieser kalte abschätzige blick von ihr da wie sie da sitzt im gerichtssaal und feixt und grinst und also ansatzweise ansatzweise kenne ich sowas auch und boah mir ist richtig kalten rücken runtergelaufen das ist wirklich dieses kalte und schon echt ich finde es echt sehr dunkel muss ich sagen ja und wenn ihr selber nicht in toxische beziehungen rein kommen wollt oder informationen dazu braucht macht die fucking kurse ich habe wirklich ein ausgeklügeltes kurssystem schon schon tausende menschen gemacht haben um sein liebeschiff um zu programmieren und nicht immer in die gleichen kaputten beziehungen zu gehen nutzt es ja freue mich über eure kommentare und wir sehen uns bald wieder bis zum nächsten Mal